Ich habe die Dunkelheit im Menschen gesehen. Nun schlage ich selbst auch diesen Weg ein. Ich habe deine Mutter versprochen, dich den Rest meines Lebens zu beschützen. Denkst du, sie werden nach uns suchen? Aber was wollen sie mit Jaden? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Du weißt genau, wieso wir hier sind. Ganz ruhig. Ich sagte, hau ab, Mann! Für wen arbeiten sie? Nur für mich selbst. Ein wahrer Rächer also. Du tust alles, um den Clan zu schützen. Es ist wichtig, dass du mir sagst, was hier los ist. Wir sind eine Familie, okay? Wer zur Hölle bist du? Erinnerst du dich jetzt? Was hast du vor? Lass das meine Sorge sein. Euer Rächer ist ein ganzes technisch, ein ganzes Zeit. Ich Vielen Dank.